Ich bin auch total aufgeregt wegen dem Vorstellungsgespräch, echt. Das macht sich mal nicht verrückt, ja, das wird heute schon. Also nicht so leicht, aber ist egal. Kannst du heute Nachmittag einkaufen gehen? Ich hab keine Zeit. Ja klar, kann ich machen, das ist kein Ding, auf jeden Fall. Was brauchen wir denn nochmal? Mann, was weißt du doch? Butter, Gemüse, irgendwie ein kleines Brot oder so. Ja klar, das ist ja kein Ding, aber da geh ich heute mal. Ich muss jetzt echt los. Hau an. Ja, bis dann, ja. Ach, nimmst du meine Bewerbungspläne mit? Ah, ja klar, kann ich machen. Ja, super. Ach, hör mal, waren das jetzt 250 oder 500 Gramm? Ein Kilo, da waren das ... ... an. Wir brauchen Äpfel. Ach nee, die gefallen mir nicht. Die haben ja Druckstellen. Ich such mal andere raus. Pff, die sind einwandfrei. Unsere Lebensmittel begeistert schon seit Generationen jeden Tag aufs Neue unsere Kunden. Unser Käse wurde geschaffen in einer formvollendeten Hülle. Unser Gemüse stammt nur von den besten Bauern unseres Landes. Erleben Sie selbst unsere ausgewählte Vielfalt an Qualität. Edeka. Wir lieben Lebensmittel. ... umrunden, umrunden, umrunden und umrunden. ... umrunden und umrunden. Und umrunden, umrunden und umrunden. Scheiße, der Schmeiß ist weg. Hey, was machst du da? Jedes Jahr werden in Deutschland 15 Millionen Tonnen an Nahrungsmitteln weggeworfen und die Müllsammler angezeigt. Lasst uns diese Verschwendung stoppen, hier und heute. Scheiße! Und noch eine Tonne! Scheiße!